Vorsichtig, der will Ihnen nur die Freude am Leben einsuggerieren. Sag mal, ob die zu mir wollen? Kann sein. Hast du dir ja selber eingebrockt. Los, geh runter. Runter jetzt! Okay, du lieber Henry, ist es offen. Ja, ja, immer ich. Das ist aber sehr merkwürdig. Also, das finde ich gar nicht komisch. Setzen Sie sich mal ordentlich hin. Ich muss so sitzen, es ist wahnsinnig gefährlich hier. Geht da schon wieder los? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sind hinter mir her.